Als Jeremy starb, fühlte es sich für ihn wenig schmerzhaft an. Er rannte hastig über eine Straße, als ihn ein Bus seitlich erfasste und ohne weiteres über dessen Kopf fuhr. Jeremy hörte die wilden Schreie der Passanten nicht. Genauso wenig vernahm er die Schmerzen, welche aus den offenen Brüchen und den verdrehten Extremitäten heraus entstanden. Und auch die Rettungsversuche der Notärzte blieben ihm fern. Jeremy war einfach tot. Aber nur weil der Tod nach ihm gegriffen hatte, so hieß das nicht, dass seine Reise beendet war. Er erwachte an einem seltsamen Ort. Gleißendes Licht umgab ihn und alles fühlte sich herzlich, warm und vertraut an. Da lag er nun, gerade so als wäre er lediglich ausgerutscht und am Boden zu Fall gekommen. Jeremy lag da und starrte ins Nichts, als sich plötzlich eine menschliche Gestalt über ihn beugte. Es war ein hochgewachsener Mann mit goldenem Haar. Jeremy blickte ihm ins Gesicht und musste sich sogleich eingestehen, dass das mit Abstand der attraktivste Mann war, den er in seinem Leben jemals gesehen hatte. Gegen ihn wirkten die Models aus den Zeitschriften wie zerzauster Obdachlose. Der Mann öffnete seinen Mund und eine sanfte, wohlklingende Stimme sagte, Jeremy, wo warst du denn so lang? Wir haben schon auf dich gewartet. Der Mann reichte ihm die Hand und half ihm auf. Nun, da Jeremy stand, konnte er sich ein komplettes Bild von jener merkwürdigen Person machen. Groß gewachsen in weiße Gewänder gehüllt, mit kurzem goldenen Haar. Auf seinem Rücken zwei mächtige Flügel. Sie waren mit Abstand das beeindruckendste und schönste, was Jeremy jemals gesehen hatte. Weiß, mit einem dezenten Goldstich, erhoben sie sich anmutig im Raum und strahlten neben ihrer absoluten Perfektion auch eine gewisse Autorität aus. Der Mann richtete sich stolz auf und strich sich langsam durch sein Haar. Im Anschluss holte er Luft und begann erneut zu sprechen. Nun, so begann er, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte ist, du bist tot und nichts wird sich daran ändern. Die gute ist, ich hole dich ab, um dich an einen besseren Ort zu bringen. Während er diese Worte sprach, begann er bereits in eine gezielte Richtung zu laufen. Jeremy war verwirrt. Immerhin war es um ihn herum einzig strahlend weiß. Und die Tatsache, dass er tot sein sollte, machte für ihn ebenso wenig Sinn, wie die Flügel auf dem Rücken des Mannes. Die gegebenen Tatsachen ignorierend, entschied sich Jeremy dem Engel, wie er ihn nun nannte, zu folgen. Stillschweigend setzte er einen Fuß vor den anderen, während der Engel ihn mit überflüssigen Informationen über dessen Ableben abspeiste. Sie liefen einige Minuten durch das Nichts, bis sie eine prächtig gestaltete Tür erreichten. Sie war nicht sonderlich groß, aber eingehend mit geschwungenen Verzierungen gestaltet. So, da sind wir auch schon, stieß der Engel heraus, als er seine Hand auf die goldene Türklinge legte. Nicht so schüchtern, scherzte der Engel und zog Jeremy näher an die Tür. Alles wird bestens, das verspreche ich dir vorher fort. Jeremy, da nun langsam verarbeitete, was genau um ihn herum geschah, hielt inne und richtete seinen Blick auf den Engel. Langsam öffnete er seinen Mund und fragte, Wie ist dein Name? Der Engel grinste und die Hand, welche noch immer auf Jeremys Schulter lag, verkrampfte sich. Ist das nicht offensichtlich? Wer ist schon so dumm und lässt dich bei einem Bankraub überfahren? Mein Name ist Lucifer und das ist deine Tür. Mit diesen Worten stieß Lucifer die Tür auf und riss Jeremy hindurch. Nichts war nun mehr von der edelweißen Schönheit zu erkennen. Tausende Schreie, brodelnde Becken und nicht zuletzt unglaubliche Hitze schlugen ihm entgegen. Jeremy fiel in Richtung eines Beckens voller geschmolzenem Goldes, passend für einen Dieb. Doch den ganzen Fall in die Tiefe ging ihm nur noch eine Sache durch den Kopf. Es stimmte, Lucifer war wirklich der schönste Engel von allen. Hi Leute, vielen Dank, dass ihr meine Geschichten hört. Wenn ihr mit mir in Verbindung bleiben wollt, lasst doch ein Abo da. Wer mehr wissen möchte, kann mir auch via Facebook oder Twitter folgen. Neben YouTube, Facebook und Twitter könnt ihr auch gerne in meinen Fanshop schauen. Dort gibt es neben T-Shirts und Handyhüllen auch jede Menge andere verrückte Dinge. Bis dahin, alles Gute, never sleep again, euer Tyrion.